Ja, was soll ich machen? Ich habe mir so ein Kack-Malz-Auto ausgedrückt. Ich komme nicht mehr raus. Ja, das kommt ja auch noch so. Ich würde ja gerne ausschneiden, wenn ich könnte. Kurz zur Erklärung, vier hatten wichtigen Disognetermin beim Gynäkologen im Krankenhaus. Und ich habe sie mit so einem Malz-Auto, was sie über ihre App ausgeliehen hat, dahin gebracht. Sie hat sogar rausgelassen, Parkplatz in der Nähe gesucht. Dann ist währenddessen im Krankenhaus ihren Empfang verloren gegangen. Und das Auto hat sich dann von alleine abgeschlossen, nicht eingesperrt und komplett Alarm gemacht. Ich habe jetzt alles probiert. Ich habe jeden Knopf gedrückt, jede Tür probiert. Ich habe sie jetzt versucht mehrfach anzurufen. und ich habe in Nachrichten geschrieben. Ich komme mir einfach nicht mehr raus. Und ich hänge in diesem Kack-Malz-Fest. Der Opa starrt mich schon an. Vier kommt wieder. Man kann halt nur mit der App auf das Auto zugreifen. Warum ging das nicht? Du warst einfach hier drinnen eingeschwärt. Ich bin nicht jetzt der Hose. Ich bin wieder frei. Handbremse. Ja. Also frei kann man es nicht nennen. Wie wäre es für deine Fahrt? Fünf Sterne. Für mich war es super. Für mich war es super.